Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Banana Daikiri. Der Banana Daikiri ist ein an den Daikiri Classic angelehnter Cocktail mit einer Banane darin. Sehr schön für tropische Partys. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. Banane, 5cl weißer Rum, 3cl Limettensaft, 2cl Zuckersirup, Crushed Ice. Folgende Utensilien werden benötigt. Barmesser, Schneidebrett, Mixer, Strähner, Longdrinkglas, dicker Trinkhalm. Zubereitung Eine Banane pellen und in Stücke schneiden. Crushed Ice in einen Mixer geben. Die Banane dazugeben. Zwei schöne Scheiben zurückhalten. Rum und Zuckersirup dazugeben. Alles gut mixen. In ein Longdrinkglas abseihen. Mit den Bananenstücken garnieren. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Vielen Dank.